Ich denke, Big Data ist weniger eine neue Technologie als eine neue Sicht auf die Welt. Dadurch, dass wir Big Data verwenden können, um menschliches Verhalten vorherzusagen, machen wir die Zukunft ein wenig risikoärmer. Das hat viele Vorteile. Wir werden länger leben, es wird uns besser gehen, wir werden besser lernen, wir werden vielleicht auch unsere eigenen Potenziale ausschöpfen können. Aber es bedeutet auch, ein wenig an Freiheit zu verlieren. Ein wenig an Freiheit, die Zukunft selbst gestalten zu können, einzubüßen. Wir müssen uns da zum einen verabschieden von manchen durchaus polemischen Vorstellungen, was Big Data denn ist oder welchen Schaden es anrichten kann. Und zum Zweiten müssen wir in den Universitäten selbst die Studierenden besser mit Big Data in Verbindung bringen. Ihnen erklären, was Big Data ist, aber auch die Grenzen der Big Data Analyse nahe bringen. Sodass sie, wenn sie dann im Wirtschaftsleben stehen oder in der Wissenschaft stehen, entsprechend handeln können, verantwortungsbewusst handeln können, aber auch im Wissen über die Mächtigkeit dieses neuen Werkzeuges. Und wir brauchen politische Verantwortung von den politischen Entscheidungsträgern, die dann die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Und wir brauchen gesellschaftliche Verantwortung. Wir alle müssen uns im Klaren werden darüber, dass wir entweder Big Data annehmen können und damit Einsichten gewinnen, die ein besseres und längeres Leben bedeuten. Oder Big Data im Bausch und Bogen ablehnen können und damit in der Innovationskraft und in der Fähigkeit, die Zukunft zu gestalten, in der Gegenwart verharren. In den nächsten 10, 20, 30 Jahren stehen wir vor einer goldenen Zeit der Wissenschaft. Aber das bedeutet auch, dass wir uns von den alten Methoden der Wissenschaft, von dem Small Data Zugang der Wissenschaft verabschieden müssen. Und das bedeutet vor allem, mentale Hürden zu überwinden. In der Vergangenheit haben wir immer zuerst eine ganz konkrete Frage gehabt, eine Hypothese. Dann haben wir die Daten gesammelt, um zu sehen, ob die Hypothese belegt oder widerlegt werden kann. Dann haben wir die Daten ausgewertet und versucht, die Frage zu beantworten. Und dann sind wir oft draufgekommen, wir haben die Frage falsch gestellt und haben wieder von vorne angefangen. Das war ein unglaublich iterativer, langsamer Prozess der Erkenntnisgewinnung. Heute, wenn wir nahezu alle Daten eines Phänomens sammeln können, dann können wir aus diesen Daten Fragen beantworten, die wir beim Sammeln der Daten noch gar nicht wussten, dass wir sie stellen wollen. Die Situation ist eigentlich relativ klar. In den nächsten 5 bis 10 Jahren wird sich die Wissenschaftslandschaft, die Art und Weise, wie wir Wissenschaft betreiben, verändern. Hin zu einer empirischen, Big Data-gesteuerten Wissenschaft, einer Erkenntnisgewinnung. Nicht nur im Übrigen in der Wissenschaft, sondern auch in der Wirtschaft und in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Das bedeutet aber auch, dass wir entsprechende Rahmenbedingungen schaffen müssen. Schaffen wir diese Rahmenbedingungen nicht, dann werden die Menschen das Vertrauen in Big Data verlieren und ihre Daten nicht mehr zur Verfügung stellen. Dann hat Big Data verloren und unsere Gesellschaft verloren.